Im Modus Auf dem Tisch kannst du dein Smartphone wie einen Laptop aufstellen und Inhalte ansehen. Wähle dazu erst einmal ein Video aus, das du ansehen möchtest. Klappe dein Pixel dann etwas zu und stelle es wie einen Laptop hin. Während auf dem oberen Display das Video wiedergegeben wird, kannst du das untere Display zum Beispiel für Apps nutzen. Wenn du den Modus Auf dem Tisch beenden möchtest, musst du dein Pixel einfach vollständig öffnen oder zuklappen.